Hallo zusammen. Heute möchte ich euch eine spannende Geschichte erzählen, also bleibt dran. Nick, ein 30-jähriger Kanadier, zog vor einem Monat nach Österreich und arbeitet nun als Barkeeper in einer kleinen Bar. Er lebt allein und verbringt seine Tage meist zu Hause, da er nachts arbeitet. Nick steht spät auf, trinkt Kaffee und spielt PlayStation. Zum Mittagessen bestellt er Fast Food, da ihm die Lust fehlt, selbst zu kochen oder abzuwaschen. Seine Wohnung ist immer unordentlich und oft findet er seine Kleidung nicht, wenn er zur Arbeit muss, was dazu führt, dass er zerknitterte und unordentliche Kleidung trägt. Nicks Gehalt ist durchschnittlich und er gibt sein ganzes Geld für Miete, Fast Food, Pendeln, PlayStation-Spiele und Bier aus, ohne etwas zu sparen. Eines Tages, während er in der Bar arbeitete, betraten zwei Mädchen die Bar, Nick verliebte sich sofort in eines der Mädchen, als er sie sah. Die Mädchen bestellten zwei Biere, und Nick, unsicher, wie er seine Zuneigung zeigen sollte, kam eine Idee. Er schnitt eine Erdbeere in Herzform und legte sie als Garnitur an den Rand ihres Bierglases. Das Mädchen bemerkte die besondere Erdbeere nur auf ihrem Glas und lächelte, da sie auch Nick mochte. Obwohl Nick versuchte, mit ihr zu sprechen, fand er nicht die richtigen Worte. Eine Stunde später verließen die Mädchen die Bar, und Nick war traurig, dass er seine Gefühle nicht ausdrücken konnte. Als er den Tisch abräumte, entdeckte er einen Zettel mit den Worten, Das war die leckerste Erdbeere meines Lebens, ruf mich an. Nick war aufgeregt und rief das Mädchen an. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag einen Ruhetag in einem schönen Restaurant. Nick und das Mädchen, Tina, mochten sich sehr und beschlossen nach dem Mittagessen in einen Park zu gehen. Sie verbrachten den ganzen Tag zusammen und wollten den Abend nicht trennen. Nick schlug vor, in einen Nachtclub zu gehen, und Tina stimmte zu. Sie tanzten und tranken Bier, und am nächsten Morgen wachte Nick auf, aber als er aus seinem Zimmer kam, war seine Wohnung überraschend aufgeräumt. Aus der Küche rief Tina Nick zu. Möchtest du Tee oder Kaffee? Sie lachten zusammen, weil keiner von ihnen sich an die Details der letzten Nacht erinnern konnte. Nick war peinlich berührt wegen der Unordnung in seiner Wohnung, bedankte sich bei Tina für das Aufräumen und versprach, auch ohne Motivation Ordnung zu halten. Tina lächelte und sagte, dass Ordnung die Energie erhöht. Sie begann, regelmäßig für Nick zu kochen und ihm einfache Rezepte beizubringen, damit er sich selbst versorgen konnte, wenn sie nicht da war. Tina beeinflusste Nick positiv. Er begann, sich mehr um seine Arbeit zu kümmern, um in besseren Bars arbeiten zu können und sein Einkommen zu steigern. Nach drei Jahren Beziehung heirateten sie und mieteten ein schönes Haus in einer guten Gegend. Eine Woche nach ihrer Hochzeit beschlossen sie, eine zehntägige Reise auf die Malediven zu machen, um ihre Zeit gemeinsam zu genießen. Der Barkeeper Der Barkeeper serviert Getränke an der Bar. Das Gehalt Mein Gehalt wird monatlich überwiesen. Die Miete Wir zahlen unsere Miete am Anfang jeden Monats. Das Pendeln Mein tägliches Pendeln zum Arbeitsplatz dauert etwa eine Stunde. Die Erdbeere Ich esse gerne Erdbeeren mit Sahne im Sommer. Die Zuneigung Seine Zuneigung zu Haustieren ist offensichtlich, weil er immer mit ihnen spielt. Die Gegend Diese Gegend ist bekannt für ihre schönen Landschaften. Die Hochzeit Die Hochzeit meiner Schwester findet nächsten Monat statt. Unordentlich Sein Zimmer ist immer unordentlich, er mag es nicht aufzuräumen. Zerknittert Meine Händen sind nach dem Waschen oft zerknittert. Durchschnittlich Wir produzieren durchschnittlich 2000 Stück pro Tag. Traurig Sie war traurig, als ihr Haustier gestorben ist. Peinlich Es war mir peinlich, als ich meinen Namen falsch geschrieben habe. Erhöhen Der Chef hat beschlossen, unsere Gehälter zu erhöhen. Ausgeben Ich gebe mein Geld lieber für Erfahrungen aus, als für materielle Dinge. Betreten Bitte betreten Sie den Raum langsam und leise. Verlieben sich Sie haben sich im Urlaub ineinander verliebt. Bestellen Wir haben gerade unser Essen beim Restaurant bestellt. Schneiden Kannst du bitte die Pizza in kleine Stücke schneiden? Verlassen Sie wollte die Stadt verlassen, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Verabreden Wir haben uns für morgen zum Café verabredet. Beschließen Wir haben beschlossen, dieses Wochenende ans Meer zu fahren. Verbringen Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Familie. Trennen Es ist schwer, Zwillinge voneinander zu trennen. Vorschlagen Ich möchte vorschlagen, dass wir nächstes Wochenende ins Kino gehen. Zustimmen Alle haben dem Vorschlag zugestimmt. Tanzen Auf der Party werden wir viel tanzen. Versprechen Ich verspreche dir, dass ich pünktlich sein werde. Steigern Das Essen von gesunden Lebensmitteln kann deine Energie steigern. Heiraten Sie werden nächsten Sommer heiraten. Die Beziehung Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist sehr wichtig. Hallo zusammen! Heute möchte ich euch eine spannende Geschichte erzählen, also bleibt dran. Hallo zusammen! Heute möchte ich euch eine spannende Geschichte erzählen, also bleibt dran. Nick, ein 30-jähriger Kanadier, zog vor einem Monat nach Österreich und arbeitet nun als Barkeeper in einer kleinen Bar. Nick, ein 30-jähriger Kanadier, zog vor einem Monat nach Österreich und arbeitet nun als Barkeeper in einer kleinen Bar. Er lebt allein und verbringt seine Tage meist zu Hause, da er nachts arbeitet. Er lebt allein und verbringt seine Tage meist zu Hause, da er nachts arbeitet. Nick steht spät auf, trinkt Kaffee und spielt PlayStation. Nick steht spät auf, trinkt Kaffee und spielt PlayStation. Zum Mittagessen bestellt er Fast Food, da ihm die Lust fehlt, selbst zu kochen oder abzuwaschen. Zum Mittagessen bestellt er Fast Food, da ihm die Lust fehlt, selbst zu kochen oder abzuwaschen. Und oft findet er seine Kleidung nicht. Wenn er zur Arbeit muss, was dazu führt, dass er zerknitterte und unordentliche Kleidung trägt. Wenn er zur Arbeit muss, was dazu führt, dass er zerknitterte und unordentliche Kleidung trägt. Nichts Gehalt ist durchschnittlich. Nichts Gehalt ist durchschnittlich. Und er gibt sein ganzes Geld für Miete, Fast Food, Pendeln, PlayStation-Spiele und Bier aus, ohne etwas zu sparen. Und er gibt sein ganzes Geld für Miete, Fast Food, Pendeln, PlayStation-Spiele und Bier aus, ohne etwas zu sparen. Eines Tages, während er in der Bar arbeitete. Eines Tages, während er in der Bar arbeitete. Betraten zwei Mädchen die Bar. Betraten zwei Mädchen die Bar. Nick verliebte sich sofort in eines der Mädchen, als er sie sah. Nick verliebte sich sofort in eines der Mädchen, als er sie sah. Die Mädchen bestellten zwei Biere. Die Mädchen bestellten zwei Biere. Und Nick, unsicher, wie er seine Zuneigung zeigen sollte, kam eine Idee. Er schnitt eine Erdbeere in Herzform und legte sie als Garnitur an den Rand ihres Bärglases. Er schnitt eine Erdbeere in Herzform und legte sie als Garnitur an den Rand ihres Bärglases. Das Mädchen bemerkte die besondere Erdbeere nur auf ihrem Glas und lächelte, da sie auch Nick mochte. Obwohl Nick versuchte, mit ihr zu sprechen, fand er nicht die richtigen Worte. Obwohl Nick versuchte, mit ihr zu sprechen, fand er nicht die richtigen Worte. Eine Stunde später verließen die Mädchen die Bar. Und Nick war traurig, dass er seine Gefühle nicht ausdrücken konnte. Als er den Tisch abräumte, entdeckte er einen Zettel mit den Worten. Als er den Tisch abräumte, entdeckte er einen Zettel mit den Worten. Das war die leckerste Erdbeere meines Lebens, ruf mich an. Das war die leckerste Erdbeere meines Lebens, ruf mich an. Nick war aufgeregt und rief das Mädchen an. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag, einen Ruhetag, in einem schönen Restaurant. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag, einen Ruhetag, in einem schönen Restaurant. Nick und das Mädchen, Tina, mochten sich sehr und beschossen nach dem Mittagessen, in einem Park zu gehen. Nick und das Mädchen, Tina, mochten sich sehr und beschossen nach dem Mittagessen, in einem Park zu gehen. Sie verbrachten den ganzen Tag zusammen und wollten den Abend nichts trennen. Nick schlug vor, in einen Nachtclub zu gehen, und Tina stimmte zu. Nick schlug vor, in einen Nachtclub zu gehen, und Tina stimmte zu. Sie tanzten und tranken Bier. Sie tanzten und tranken Bier. Und am nächsten Morgen wachte Nick auf. Und am nächsten Morgen wachte Nick auf. Aber als er aus seinem Zimmer kam, war seine Wohnung überraschend aufgeräumt. Aber als er aus seinem Zimmer kam, war seine Wohnung überraschend aufgeräumt. Aus der Küche rief Tina Nick zu. Aus der Küche rief Tina Nick zu. Möchtest du Tee oder Kaffee? Möchtest du Tee oder Kaffee? Sie lachten zusammen, weil keiner von ihnen sich an die Details der letzten Nacht erinnern konnte. Sie lachten zusammen, weil keiner von ihnen sich an die Details der letzten Nacht erinnern konnte. Nick war peinlich berührt wegen der Unordnung in seiner Wohnung. Nick war peinlich berührt wegen der Unordnung in seiner Wohnung. Bedankte sich bei Tina für das Aufräumen und versprach, auch ohne Motivation Ordnung zu halten. Auch ohne Motivation Ordnung zu halten. Sie begann regelmäßig für Nick zu kochen und ihm einfache Rezepte beizubringen. Sie begann, regelmäßig für Nick zu kochen und ihm einfache Rezepte beizubringen, damit er sich selbst versorgen konnte, wenn sie nicht da war. Damit er sich selbst versorgen konnte, wenn sie nicht da war. Tina beeinflusste Nick positiv. Tina beeinflusste Nick positiv. Er begann, sich mehr um seine Arbeit zu kümmern. Er begann, sich mehr um seine Arbeit zu kümmern. Um in besseren Bars arbeiten zu können und sein Einkommen zu steigern. Um in besseren Bars arbeiten zu können und sein Einkommen zu steigern. Nach drei Jahren Beziehung heirateten sie und mieteten ein schönes Haus in einer guten Gegend. Nach drei Jahren Beziehung heirateten sie und mieteten ein schönes Haus in einer guten Gegend. Eine Woche nach ihrer Hochzeit beschlossen sie, eine zehntägige Reise auf die Malediven zu machen, eine zehntägige Reise auf die Malediven zu machen, um ihre Zeit gemeinsam zu geniessen. um ihre Zeit gemeinsam zu geniessen. Auf Wiedersehen. Um buena Zeit. urable事情. Vielen Dank.